Und jetzt erzähle ich euch mal ein paar Eigenschaften, die du als Führungskraft unbedingt haben solltest. Ein paar Eigenschaften, die du als Führungskraft unbedingt haben solltest. Sein Tun haben, die alten philosophischen Gesetze. Sein Tun haben, was meine ich damit? Als Führungskraft musst du eine Identität haben, du musst eine Rolle einnehmen. Ich sage mal, bist du jetzt Vertrauensperson in deinem Unternehmen, dann hast du eine andere Rolle als eine Führungskraft. Bist du Buchhalter, bist du Ausbilder, bist du eine andere Rolle als eine Führungskraft. Was genau ist denn das Sein? Wie sieht denn die Rolle aus? Was sind die Tätigkeiten? Also was sind die Aktionen, die diese Person macht? Und was ist das Haben? Was sind die Werkzeuge, die Endergebnisse, die Produkte einer Führungskraft? Wem von euch ist das glasklar? Einer von 150. Vorsicht, da gibt es noch den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Wisst ihr, was der Dunning-Kruger-Effekt ist? Erkennt mich, er nimmt es mir nicht persönlich. Im Rahmen des Dunning-Kruger-Effektes, das sind Soziologen, die haben herausgefunden, je inkompetenter Menschen sind, für desto kompetenter schätzen sie sich ein. Nimm es mir nicht übel, war auch nicht so gemeint. Je inkompetenter Menschen sind, desto kompetenter schätzen sie sich ein. Das war in Bezug auf berufliche Fähigkeiten, in Bezug auf Autofahren, in Bezug auf Sport und so weiter. Also je inkompetenter du bist, desto mehr überschätzt du dich. Und je kompetenter du bist, für desto inkompetenter hältst du dich. So woran liegt das? Weil ein inkompetenter Typ sieht ja nur, was er schon weiß. Er weiß aber nicht, was er wissen müsste. Versteht ihr, wie ich meine? Der sieht, der sagt, ich weiß viel mehr, als der und der stimmt. Jetzt schießt sein Ego in die Luft, war bei mir auch so. Also den Dunning-Kruger-Effekt hätte man mir mal so mit 25 erklären sollen. Ich weiß schon alles, ich kann schon alles voll nach vorne. Und dann ab gegen die Wand. Umgekehrt, wenn du sagst, oh, ich bin da eher schlecht drin und so weiter, ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen. Sondern es bedeutet einfach, dass du verstanden hast, was die Aufgabe ist. Und je kompetenter Leute sind, alter philosophischer Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, desto mehr kennst du, was es noch alles zu wissen gibt. Aber auch hier gilt Pareto. Mit 1% der Aktionen kriegst du 50% der Probleme gelöst. Mit 4% kriegst du 64% und mit 20% kriegst du 80% gelöst. Das heißt, du musst gar nicht 100% können. Du musst halt die Pareto 1,24% können. Frage, wer von euch ist sich sicher, wie das Sein einer Führungskraft aussehen muss? Wie zum Beispiel Alec Baldwin, was ich nicht vorschlagen würde. Also keiner ist völlig klar. Wer von euch kennt die exakten Tätigkeiten und Routinen? Wer von euch kennt Werkzeuge? Also so die Analogie zu einem Kfz-Meister. Egal, in welchem Scheißzustand dein Auto ist, er kann es wieder zum Laufen bringen. Die Frage ist nur, lohnt es sich? Ein Kfz-Meister kriegt es zum Laufen. Und je nachdem, was verkehrt ist, hat er unterschiedliche Werkzeuge, unterschiedliche Rohmaterialien. Wer von euch kennt die Werkzeuge, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Konflikte gibt, Standardtätigkeiten, Normales und so weiter und so weiter? Wer von euch kennt die Werkzeuge? Okay, zwei, drei vorsichtige Hände. Wer von euch, von den dreien, ist sich sicher, dass er alle kennt? Was passiert, wenn man Maybes hat? Das haben wir ja schon gelernt. Also wenn man nicht genau weiß, Ja, ist das jetzt richtig, ist das falsch? Sind die Werkzeuge ja auch die besten? Was macht man dann? Man hält sich zurück und ist erstmal vorsichtig. Und das sollte man als Führungskraft nicht sein. Du bist dein Vorbild und die Leute lernen durch Abschauen. Und was du vormachst, gut wie schlecht, wenn sie nah machen. Es tut mir leid, wenn ich das so sage. Eine Führungskraft muss eigentlich drei Minimumkompetenzen haben, um überhaupt als Führungskraft akzeptiert zu werden. Die erste ist Kompetenz. Leute folgen dir nicht, wenn sie denken, du hast keine Ahnung davon. Sie sabotieren und belächeln dich. Du musst den Bereich, den du unter dir hast, genauso oder besser tun können als deine Leute. Kompetenz. Der zweite Bereich ist, du musst in der Lage sein, durch die Brille deiner Leute schauen zu können. Also du musst ein Meister der Eisberge sein. Du musst Meister des Hilfe-Buklets sein. Du musst Meister der Barrieren sein, warum Leute sich verschließen. Also du musst durch die Brille anderer Leute schauen, können, du musst sie verstehen und handhaben und auch verkaufen können. Und die dritte Eigenschaft ist Durchsetzungsfähigkeit. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie viele von euch nochmal die Hand hoch würden sagen, sie sind vertriebserfahren und verkaufserfahren? Also auch eher 8%. Der gemeinsame Nenner aller guten Führungskräfte, obwohl es keine einheitliche Ausbildung gibt, ist, sie haben früher verkauft. Warum? Wir haben drei Führungseigenschaften. Kompetenz, durch die Brille des Anderen schauen können, Durchsetzungsvermögen. Im Verkauf lernst du die ersten zwei. Du lernst durch die Brille des Anderen zu schauen, sonst verkaufst du nämlich nichts. Und du lernst auch, den Sack zuzumachen. So verkaufst du nämlich auch nichts. Auch dazu wird es jetzt ein Booklet geben, Grundlagen des Verkaufs, speziell also auch so als wirkliches Grundlagen-Booklet, für Führungskräfte. Also für Führungskräfte, aber auch für Vertriebler, für einfach Grundlagen des Verkaufs, die man eigentlich braucht, sonst bist du eigentlich nicht lebensfähig auf der Welt. Die Amerikaner sagen ja, Lifester Sales Cycle oder Sales Pitch. Und das ist auch genauso, egal wo, ob du verkaufst bei der Sozialakquise, du versuchst dir, Frau oder einen Mann kennenzulernen, du versuchst jemanden für dich zu gewinnen, du versuchst jemanden zu rekrutieren, du versuchst Verantwortliche von deinem neuen Konzept zu überzeugen und so weiter. Ich werde euch heute und morgen auch zeigen, warum Verkauf so wichtig ist. Aber mit Verkauf meine ich nicht volllabern. So, ich meine Verkauf durch Verstehen des anderen Universums. Also verstehst, wie er auf die Welt schaut und stellst dann eine Harmonie zwischen ihm, seiner Sichtweise und der Sichtweise des Unternehmens her. Das meine ich mit Verkauf. Dein Alex Hüscher Dein Alex Hüscher Dein Alex Hüscher